Was ist Ihre Aufgabe in der Welt? Es ist ein bisschen besser zu verstehen, warum es Religionen gibt, wie Religionen funktionieren, warum religiöse Sinnkonstruktionen für eine wachsende Zahl von Menschen so bedeutend ist und warum wir mit vielfältigen neuen Konflikten dieser Art konfrontiert sind. Besser verstehen. Meine zweite Frage ist, was treibt Sie an, was motiviert Sie persönlich? Intellektuelle Neugier. Die dritte Frage, was raten Sie jungen Menschen, die wie Sie, Professor für Theologie, vielleicht auch öffentlicher Intellektueller mit theologischem Hintergrund werden wollen? Viel reisen, vermittels Sprachen und Kulturen erschließen und einfach das tun, wozu man Lust hat. Also sich sozusagen nicht vorschreiben lassen, was man zu lesen, zu denken, zu tun hat, sondern wirklich selbstständig sein, den eigenen Weg gehen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020